Das war eine Wartelrunde, heute mit Claude, Sesam, Laura und Chris und äh, oh shit Mates. Guter Bait. Midlane, we are out of control. Hm, easy dodge, Alter, easy dodge. Oh mein, du musst bloß flashen. Lass die mal vom LeSynth chargen, dann flash ich und hol's in den Tower. Dann lot's geprockt, Alter, WTF. Klar, easy. Ich spüre übrigens APS Reel, das wird schön. Das ist richtig schön. Vor allem gegen den Arsia. Ja, meine Freude schwindet. Hey, warte mal, haben die, ne, hä, warte mal, was? Die sind top. Ja, haben die die Sin, die Sin botlane, oder was? Oder, wer ist da botlane? Hä, das ist merkwürdig. Ich glaub es ist... Oh, ich soll mich überraschen lassen. Na gut, das ist nicht dich überraschen. Lass dich überraschen! Der Spotlane bestimmt, oder? Least Spotlane wird das hier. Ich glaub ich Süss kiss Half Tower Lime. Sisam, oder? Das ist nicht dich überraschen lassen. Ich hab ASE in der Mitte, ja. Jetzt Least Sinn. jedist day auch. naja das ist doch kein problem oh mein gott muss den gegner riechen du musst den gegner lesen du musst wie der gegner sein hast du hast das spiel auf deutsch nein aber ich hab gerade spot shop zitiert oder weniger naja ich wollte gerade sagen selbst der trash hat dieses komische ap-item ja ist ja auch broken ja irgendwie schon ach ich spiel das mal zum spaß ne so echt broken diese geister sind halt der slow ist halt so abartig lang und so stark einfach und zeit auto eben du kannst halt nicht ausweichen das ist halt so das schlimmste daran hört sich gut an hört sich balanced an oder laura flash ihn flash ich brauch keine hilfe bot nein hilfe würdest du mich verarschen das fucking laura die stelle da ist der season main ad carry komm jetzt mit vorbei mn macht wirklich spaß man muss einfach nur mn mn spielst du nur gegen scotter strike oder mn spielst du nur gegen scotter strike oder mn spielst du am start ja ok ich bin immer da wer ist hackt ja lass uns fahren ich geh mal base schon mal erste runde ist ok ich kann hier farm die minute ok der order is scary store mcdrife mitarbeiter ist auf der asia könnte kommen na ja wer ist auf der asia jaja ja da war es heute wieder witzig ich merk schon oh battle auf ok ok also botlenke law kein spaß ich merk schon botlenke enter herr ich Hier glaube ich auch einfach ein Bank. Ich hab ein bisschen Geld. Aha. Ich war aber noch was von Pink. Aha, Azir. Mensch, Azir. Jay-Zer. Ist aber auch ein übelster, gemeiner Sack. Was? Jay-Z? Jay-Z in der Mitte. Jay-Z in der Mitte. Ja, was du sagst. Jay-Z. Mach Golems und dann legen wir mal die Riven da auseinander. Optimistisch, der Cry-Berg. Ja. Du musst halt die Calls machen. Oh, Flash. Oh, Blade. Weißt du, dann versuche ich einmal zu fighten. So, direkt Fehler. What? Was ist mit dem? Warum sind die so weich? Hilfe. Ich habe ich gesehen. Ich komme. Ich komme. Okay. You ready? What? Wer braucht dich eigentlich, Alter? Der macht zwei gegen eins. Boah, easy Gang auf Potlane, ne? Easy Gang. Ja, war schon krass, Alter. Hast du gesehen, wie ich den hier auseinandergelegt habe? Ganz alleine. Ich glaube, mitlegen können wir wahrscheinlich echt nicht töten. Ich spüre einfach defensiv. Ich klaue dem jetzt so den Jungle leer hier. Haha, Wahnsinn. Oh Gott. Ready, Laura? Für zum Action? Der lässt mich nicht farmen. Der kleine Sucker. Oh, jetzt. Geil. Zuckerberg. Oh, oh, die auch. Ach, die sind für nichts ready. Was will ich davon haben? Gut. Mitte ist relativ viel Lower Mana. Der hat übrigens kein Ignite mehr. Flash dürfte der noch haben. Kein Mana. Ah, die haben cool eins. Das ist ganz entspannt. Ja, kurz, das ist auf jeden Fall optimistisch. Die Skillshots sind real heute, ey. Na, ich glaube mit null Ferocity passt du da sowieso nicht so viel zu melden. War optimistisch. Ja, natürlich. So, was holen wir uns denn? Holen wir uns Magis? Ach komm. Ein guter Spieler baut Magis, oder? Ah, ne. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Dann hauen mich alle Leute, die das Video sehen übelst kaputt. Seide, du rasierst halt, ne? Ja. Ich hol mir erstmal das Support-Item. Dann kann ich immer noch rasieren. Mit Magis. Und tschüss, Riven. Na gut. Hehehe. Oh yeah. Alter, die hat 0-3. Du hast 20 Farms. Was macht ihr denn da oben? Haut ihr euch nur auf die Fresse? Ja, Tauri. Die hat's halt aufs Maul, wenn die kommt. Wer farmt denn hier mit den Farms Champions? Hm. Ich merke das schon. Ich mach'n Grombo und dann sollte ich Level 6 sein, oder? Auf die Spot-Lane. Let's go. Mitte ist auch ein Mist, ne? What? Flash? Gut gespielt. Sorry. Äh. Warum stirbt der Lappne nicht? Der stirbt doch. Der stirbt doch. Ich komme durch. Biest. Da kommt der ATF. Lass mich töten. Ich hab' keinen Mahner und gar nichts, ne? Bin unterwegs, bin unterwegs. Alles klar. Haha. Hast du den da, ne? Was? Oh Gott, ey. Fucking. Okay. Nice, danke. NP, Flash und Ulti gezogen. What the fuck? Alles gedrückt. Keyboard zerbrochen. Voll life. Sehr schön. Das ist immer das Wichtigste. Das Keyboard richtig auseinander fliegt. Lass'n dive hier. Dafür hab' ich ein mechanisches Keyboard gekauft, ey. Keyboard. Keyboard. Im Raum aber und dann... Wenn du immer ne drauf drückst, sagt's Key. Alter, fucking ASEON, ne? Okay. Okay, let's go auf der. Breche ab hier. Komm, bitte. Oh. Läuft glaub ich nicht so was immer. Na, ich kann halt nichts machen gegen den. Das ist halt zu strong. Wieso weiblich von uns? Aber naja. Ich bin... Es real. Ich brauch eigentlich nur Leute mit meiner UL snipen. Dann hab' ich gewonnen. Direkt. Dann bau doch mit Jace. Ähm. Ich bin leider noch nicht Level 9. Ohli. Ich hab' Mana für eine Combo. Nice. Ja, ne. Ich muss glaub' ich mal bassen. Ich hab' auch keinen Mana. Ich hab' auch keinen Mana. Ich würde auch keinen bassen. Hm. Du kommst aber jetzt nicht mehr Dings, ne Laura? Nein. Äh, Death's Dance. Na gut. Ne, ich frag' ja nur. Passiert ja mal. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Oder achtmal, ja. Ich glaub' jetzt zuerst, es sind's wieder. Genau. Voll gut richtig. Voll gut richtig. Elia Tiamat. Neh mir Ratschläge an. Echt? Ich hab' mal gehört, Ratschläge annehmen ist voll kacke. Genau. Necler? Genau. Necler? Lieber dickköpfig sein und einfach machen, was man will. Genau. So lernen wir was fürs Leben. Willst du Blue-Buff haben? Mhm. Das wär' auf jeden Fall sweet. Mittlane ist Mist, ne? Ich weiß nicht, wo der hingeht. Aber ich glaub' der kriegt auch grad seinen Blue. Also, eventuell dann Toplane. Ein bisschen careful. Ich komm' mal kurz. Baselauer, kannst du defensiv spielen? Ja. Darauf hast du gewartet die ganze Zeit, ne? Endlich. Endlich mal wieder Defense-Mode. Ups. Bin unterwegs für Abadlan. Ab geht's. Hi. Und der Typ kriegt erstmal die Landtoren, ey. Was für'n Mongo. Nein. Der Bock-Knopf. Bitte keine Millions nehmen können, der Asi anwenden sitzt. Danke. Okay, Asi ist da. Vorsichtig. Also... Was ist mit dem Asi hier? Will der rasiert werden, oder was? Danke. 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 Rekt! Irgendwie ganz schön steil, hab ich das Gefühl. Einfach nur fucking Wreck-Boys. So, jetzt geh' ich mir auf Magis. Meine Eier kraulen. Und dann läuft das. Dann läuft das easy. Zack. Zwei Pods. Zwei Pods. Und ab geht's. Ist auch gut, dass sie nie die Pink-Words irgendwie checken. Das find' ich toll. Boah! Hm, Bot-Land? Geht da wat? Na klar, wir können die Diven. Ich hab' Ult. Ich hab' auch meine Ult. Ich könnte mal... Ich bin mal auf dem Weg nach Bot. Ich bin mal auf dem Weg zur Bot-Land. Die haben... Ach stimmt ja, ihr hattet ja die Sin-Bot, ne? Mhm. Mit Trashs gemeinsam. Interessante Relation. Ja, das stimmt. Interessant oder schlecht. Wie man's nehmt. Also... Noch? Was war das für ne Ulti? Ich komme. Ab geht's. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Let's fucking go. Oh, oh. Hier ist einer. Ah, hier kommt runter. Und end. Wirken? Ah. Äh... Ja gut. Ich wurde aber executed. Das war der Plan. Das war der fucking nochmal Plan. Gut gespielt. Ja, ich hab's halt gewusst. Ich sterbe und dann dachte ich mir, komm. Lässt sich halt exekuten, ne? Ja, ganz ehrlich, dass ich auch nur ein Top-Spiel habe. Ja. Das ist halt... Da muss man halt auch sehr viel Einsicht ins Spiel haben, so. Das lernt man nicht so von heute auf morgen. Man muss halt blitzschnell reagieren. Gut, ich hatte vier Stacks auf meinem Majais und jetzt hab ich wieder null. Find ich... Find ich zwar gut. Gibt's man den nicht mit fünf? Nee. Man kriegt den nur noch mit null. Das haben die geändert inzwischen. Aber danke für den Hidden Flame, Chris. Ja. Ich würd dich gerne töten. Äh... Lass mich den mal auseinandernehmen jetzt hier. Ja, wenn du ult hast. Ult am Start. Go. Du wirst gesehen. Hm. Merkst du auch gerade? Ich glaube, dass der irgendwo eine Ward hat. Ich bin mir nicht sicher. Fälschst du bitte? Ja, geil. Dann können wir noch den Teil reißen. Ist ganz geil. Hey, warte mal. Ich könnte schwören. Ich hab grad einen Recall gehört. Nichts auf dené. Ja, shirts. Er ist nicht abends. Ich muss jetzt mit allen gehen.. Oder participar. Dieses tile? Das war Illusion. Dieser name wurde, der Kling für einbroken Eddie gemacht. danke für den assist hätte okay sein können mal aus dem mit oder naja der wird sich nicht halten lassen dass du das trägt nach oben das trägt schlechter spieler soll man den eigentlichen zu drachen machen oder ich glaube wir können den drake man ich bin mir sicher einfach pure knowledge ich gehe einfach steil wie sonst hat hallo riven na wie geht's dir so komm mal bitte zu dir das scheinste steil zu gehen kannst du bürst oder was du kannst er weiß dass hier bin mit reingehen zu dritt ich bin ja gut aber wir können trotzdem reingehen ja macht doch so ich komme wieder jetzt können wir von mir aus alles gerade holt ist hier aha schöner deutsch schöner doge ja schöner noch weg aber der stirbt kalkuliert ich wollte die länder ist glaube ich tut aber klar redet auch nicht mit uns so ich bin dann am start kann zu kommen aber muss doch nicht reden die meister an cfx ich komme wir können hier glaube ich bleiben ja ich glaube hier können wir bleiben bis zum ende vom game bis zum ende vom game können wir bleiben und sie bleiben ja alle wards der welt hier unten die werden gleich hinkommen na klar kapa ja wenn laura burscht dann der rift und die fp back let's go hallo das war ein guter spiel tötet sie tötet sie äh ist hier noch einer am start für riven ah super fucking nächster jemand na super die überlebt mit 10 oh mein gott jetzt wäre die weg gekommen ich wäre komplett eskaliert ah ich hätte sie töten können aber hier habe ich ein bisschen verloren ehrlich ja was ist eigentlich mit laura passiert ich hab noch nicht einfach übersehen hm das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen für uns würde ich sagen oder doch da ach guck mal der tam kenschen rennt einfach durch den turm na dann ich denke der turm alter ich auch so nicht dass das eine gute idee wäre und dann nicht tauchen da nee wie willst du den nehmen durch den turm ich meine auch stark aber so stark dann auch wieder nicht stark aber so stark auch wieder nicht also ich glaube du hast da was übersehen Hey, habe ich nicht meinen Trinken gewählt? Ich bin mir sicher, ich habe auch recht trinken gewählt, naja. Whatever, 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 whatever. Bam. Bam. Ich habe satte zwei Glory. Willst du mir damit nochmal ein König-Glauer? Derrick, wessen Lane ist das denn? Typische mit Liner wieder. Ach du Scheiße. Komm und Derrick, wir können irgendwann schießen, wie hat das eben auch gut geklappt. Ich glaube auch. Double Ghostbusters. Tötest. Ja. Rhythm-Dive. Easiest Game of my life. Wie der da durchgehst, Pericard. Wie Butter, oder? Wie Butter rein in den Kopf. Was ist das denn? Butter-weich. Butter-weich. Aha, was wird denn? Oh mein Gott. Mh, Asiel macht ein bisschen Damage. Oh shit. Ich wohne einspülen. Minion Block, Alter. Nice. Easy Tower. Haben die eigentlich einen Top-Laner? Ach, Rhythm ist ja der Top-Laner. Stimmt, ja. Ja. Bars. What the fuck, Alter. Hättest du satt gemacht, ne? Hättest du getötet, ey? Sie können nicht so viel machen, irgendwie, gegen unseren Poke. Oh. Ich hab ne gute Idee. Ja, Mann. Stimmt mich noch ein. So, das geht nicht. Oh, die Wolf. Wird geil gewesen, wenn wir da drüben wärsen, dann braucht ja jemanden Unterschutz. Oh, die Counter-Ghost. Let's go, Alter. Rein da. Ja, Mann. Oh. Brake in 20 Sekunden, ne? Boah. Komm. Mann. Nämlich. Lass zum Break gehen. Okay, ich komme. Kontrolliert, da rückzu, Q. Boah, ich hab echt mal verspashed, Alter. Hihi. Lass den Lysen töten, oder? Ja. Okay. Lysen. Hihi. Na, Lee. Hihihihi. Hey, Lee. Lee, rennt voll. Oh, wie der rennt. Lass es töten. Ohohoho. Oh, schie. Du, ah, ist das doch meiner. Hier schmuck ich dich über die Wall. Oh, nein. Du musst leben. No. Ah! Hier unten. Ich überlebe. Easy. In welchem Start? Fucking nochmal easy. Aber ich hab keinen Assist mehr gekriegt für den. Warte, den hab ich. Den hab ich. Loi. Ja, ein Assist. Zwei Stacks. Easy. So, ich geh weg. Ich hab mein Litch Bank. Mit Litch Bank geh ich richtig steil, Mann. Holy shit. Jetzt werden die sich wünschen, die wären niemals geboren. Kappa. So, was brauch ich denn noch? Ich brauch eigentlich... Oh, genau, warte. Hier, 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 hier. Okay, das ist fresh. Der Q macht einfach noch nicht. Oh, der will's aber. Der will's. Da. Nein. Klar. Alter, mach mal Schaden, du Nudel. Oh, nein, Extras. Mach noch ein bisschen Damage, Klar. Ein bisschen. Ein bisschen. Nein. Okay, ein bisschen Schaden, da, doch. Jawohl. Das reicht. Was denn? Wo ist die Übersicht? Ja, warte. Ach so, oh, ja, warte. Na klar. Hier. Hier. Du musst schnell kommen. Hier. Ach du Scheiße. Aaaaaaah. Na, weil du bezügerest. Ich komm mit, Laura. Oh, easy. Laura, lass mich nicht sterben. Please. Oh, Alter. Please. Oh, Alter. Ich bin noch dabei, keine Sorgen. Easy. Fucking easy. Oh. 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 AP ist real. Easy. 22 Stacks. Was ist das denn, Alter? Your team has destroyed and furrowed. So schnell kriegt man 2 Millionen Stacks. 2 Millionen. 2 Millionen,... ...Wir haben die Absichten. Eindeutiges hat neue Majors sogar irgendwie besser. Aha. Aha. Cool zu wissen. Ja, go, ein da. Alles klar. immer ist einfach dich und wie geht er jetzt rein ab geht's irgendjemand ich kann nicht raus dass wir in Gefahr bist abgelogen 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 lass den Riven mal umbolzen ja das meine ich damit wow ok nein 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 komm zu mir und esse dich lass jemand chargen kein Problem ich brauch dich gar nicht essen ach so gar kein problemo problemomatico nicht gemein nice nice Randa ja Zunge Randa Randa oh oh good bye tschüss Clur kann ich Randa ihr Muschis denke nur 2 Milliarden Jahre die Tower 448 Moveinspeed hab ich holy shit das sie töten oder? das sie töten hast du Bock? schon ich kann kommen aber ich hab Angst mit dem der ist er muss halt da hin ah what the fuck schade macht er ne ulti ok tötet ist ne möglichkeit dann steht da ne alten Gesamtschaden von deiner ulti nein nein ich bin tot ich lebe ja klar komm oh der Tower hat mich ja das ist natürlich jetzt unlucky boah diese hohoho hat er gedacht ne du hast unter ihm durchgeworfen ja ganz schön viel Damage oh nacki das nenn ich mal ein bisschen Damage den ich da kassiert hab H� im die Zunge du Boi man besitelt klatsch was? 오�� warte mal der ist voll in dir drin verschwunden Paul lol was? oooh shit mate oh shit mate Essig Essig oder Öl essig hijaa Ja, er nimmt sie doch mit, ey. Nice. Oh mein Gott. Leider bin ich doch tot, ey. Ich kann jemanden... Ich kann jemanden... ...executen. Ab geht's zum Blubuff. Machen die den? Alter, die machen den nicht, oder? Nein. Ja. Blubuff machen. Tja. Weiß man ja nicht, ne? F***ing easy. Good job, Laura. Der Jungle ist richtig gefickt jetzt. Boah, nochmal 5% Movement Speed. Tops. Jawoll, bot lane, bot lane. Sieht keiner die Last Hits. Oder die Skill Shots. Alter, ich hab 464 Movement Speed. What the f***? Nice. Er hat alles geüßt. Achtung. Zack. Wuuuuh. Geister. Boah, nicht viele Geister, Alter. Ist der denn am Start hier, oder was? Ich bin am Stößel. Am Stößel, Mannes? Äh... Schön, Ull. Oh, let's go. Is we Me iiiihihi... Gibt's haltin 300 Gold raus. Hast des ess nicht und schub es sich da nach rein, ok? Okay. Und ... Joooo Geile Kombo! hat fast funktioniert wieder 25 die dieses game of my life verpiss dich alter klar ist das dein fucking ernst du hast mich in den schweiß nächstes geworfen wichser alter an die wälder ist einfach fucking an die meldgülle der wisse haben was er vor der stelle probiert auf jeden fall es soll mit aus macht ziemlich laune wenn ihr euch am anfang ein bisschen zurückhaltet und dann sehen wir uns im nächsten stand